Achso, ich glaube sogar, es könnte natürlich sein, dass der, das hätte ich jetzt am Sound identifiziert, das könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt runterfliegt und vom Trampolin wieder hochgeht. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Pedestrian, Folge 9, hier waren wir erst mal stehen geblieben. Hier geht es auch direkt weiter, wir haben das wunderschöne neue Spielelement, was wir auf der rechten Seite noch sehen, ähm, kennengelernt und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das weitermachen und irgendwie nicht sterben. Danke. Schauen wir mal, es weitergeht, ich bin sehr gespannt, ganz ehrlich. Äh, Sound ist da, ne? Richtig, passt, Freunde, passt. Und da kommen wir auch schon wieder direkt zu, oh. Ah ja. Ah ja. Okay, das kennen wir ja alles schon. So, zum Teufel habe ich. Ja. Okay, auch hier ist wieder ein Aufzug offenbar, diesmal. Hey, sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, äh, was, äh, wie komplex das jetzt wird, ne? Wir können ja jetzt Karten doppelt nutzen mit den Wegen, wir können jetzt einen Weg wieder trennen. Das hier, ah, jetzt kommt die Musik wieder, okay, da sehen wir noch ganz viele Felder im Hintergrund. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. Gut, wir kommen noch nicht ran, dann müssen wir jetzt mal weitergehen. Na ja, werden wir vielleicht später nochmal hinkommen. Ah ja, okay, alles klar. Okay, jetzt haben wir zwei halt, ne? Oh, Junge, das... Schau mal. Ja. Achso. Wir können ja so machen zum Beispiel. Und was, wenn wir das wieder trennen? Achso, dann geht's nicht. Okay, das heißt, wir können aber so machen zumindest. Naja, richtig. Das heißt, wir müssen halt erst hier hin. Schalter aktivieren, dann wieder zurück. Und dann können wir ja diese Verbindung... Hä? Achso, wir können ja so machen. Oder so? Oder wie? So machen? Dann können wir doch so machen, oder nicht? Ist es geklappt jetzt? Ja. Okay. Interessant. Okay, jetzt ist es ein bisschen dunkler hier. Bisschen dunkleres Setting. Schön beleuchtet aber. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hopp. Ein bisschen Jump-and-Run-Action. Auch lustig. Finde ich auch super. Okay. So. Was haben wir denn hier jetzt? Hä? Aber wo? Ich meine, ich kann doch so und so machen. Ist ja prinzipiell gar kein Ding. Das Problem ist nur... Das Problem ist nur... Das Problem ist nur... Okay, ich muss da oben hin, ne? Also, ganz klar so. Aber ich komme ja da... Na ja, Moment. Kann der... Kann der... So machen einfach. Äh, aber das ist doch egal. Ich kann doch... Ne, kann ja eben nicht. Ich kann ja nur so machen. Äh, aber wie soll der das jetzt? Äh, oder bin ich immun dann einfach? Nö. Äh, 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 äh. Na ja, ich kann ja... Äh, ist doch egal. Also, ich kann doch einfach... Naja, ne. Ist ja nicht egal. Ich komme ja anders nicht rüber. Ist klar. Ist man auf grünen Karten immun oder irgendwie? Weil... Äh? Ich lasse das mal unkommentiert. Und wir gehen einfach weiter. Ich habe keine Ahnung gerade, wie ich es gemacht habe, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt wird es schon... Interessanter. Äh... Äh... Wir... ...konnen dieses Ding auffüllen. Können wir hier hin. Und dann können wir das ja... ...verbinden. Also, aber Moment. Jetzt... Äh... Okay. Dann kann ich das wieder ändern. Okay. Alles klar. Das ist ja noch einigermaßen verständlich. Aber das kann es ja nicht sein. Das wird ja noch schwieriger. Also, jetzt kommen wir wieder... Ich warte nur noch auf dieses Master-Teil mit diesem Controller wieder, ne. Wo man dann wieder in vier verschiedene Sachen muss. Und ein Rätsel ist schwerer wie das andere, ne. Das kommt noch. Warte es mal nur ab. Also, wir können den Schlüssel holen. Ja, theoretisch ist es das doch. Also, das ist doch auch easy. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass es immer alles so einfach ist. Ja, easy, Digga. Es ist richtig easy. Also, das... Damit komme ich ziemlich gut klar. Ich weiß nicht, ob das immer so... ...sein muss. Jetzt müssen wir halt hier rüber. Aber wir müssen auch zu dem Schalter, ne. Das macht das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen anders. Das heißt, wir müssen ja erst... Ne, wir müssen... Naja, ist auch kein Ding. Ne, meine Figur wird zurückgesetzt dabei. Okay. Alles klar. Das heißt aber, wir müssen erst hier hin. So, das bringt ja nichts. Wir müssen ja jetzt... Wir können das neu verbinden, aber wir können ja nicht... ...das jetzt machen. Aber wir können ja... Aber wir können ja auch das jetzt machen, oder nicht? Wieso? Ah, Mann. Ja, das bringt mir hier nichts. Ich brauche... Ich kann... Okay. Sind wir natürlich wieder... Das... Das wird nicht gespeichert. Verdammt. Was ist denn überhaupt der Vorteil? Ich kann von hier... Hier... Kann ich ja höchstens woanders lang. Aber ich kann ja nirgendwo anders lang von hier. Ich kann ja nur... Das bringt ja nichts. Ich kann das nicht miteinander verbinden. Das heißt, wir müssen da irgendwo anders. Aber wir können doch nur... ...an den Schalter... Ja, der Trampolin ist sonst aus, ne? Ja. Bringt doch nichts. Wenn ich den hier verbinde, dann... ...der Schalter weg. Ich kann mir den Schlüssel holen, aber... Shit, ich dachte, ich hätte... Müssen wir überlegen jetzt. Wir können ja hier so ran, aber... Das hier müsste grün sein, weil dann könnten wir von hier wieder nach da. Was ist das denn für eine Scheiße? Also, du kannst ja dann nur so machen, dann. Und du kannst dann so machen halt auch. Aber dann geht das nicht mehr. Das zu verbinden bringt nichts, weil man kommt hier nicht hin. Oh, Freunde. Warte mal, kann man nicht... Wenn man hier drin ist, kann man das doch machen. Ne. Wenn ich hier drin bin, kann ich nur die Türen ändern. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen... Ja, doch. Moment. Ich kann doch jetzt so machen. Dann kann ich doch rüber, aber dann... Ja. Dann müsste ich das machen. Das geht dann wahrscheinlich aber nicht. Doch, das geht jetzt. Ah ja. Okay. Und jetzt kann ich natürlich... ...ähm, das anders machen. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Jetzt kann ich... Äh... Ah ja, jetzt kann ich ja hier machen. So, und jetzt, äh... ...habe ich die Verbindungen aber schon verbraucht. Und jetzt müsste ich aber halt... Ja, jetzt, äh... ...müsste ich dann aber leider von hier... Da. Geht doch. Ah ja. So. Alles klar. Jetzt haben wir es doch. Schön. Noch klappt's. Ich habe eine Run. Easy. Da geht es nicht weiter. Wow. Äh... Okay. Klappt offenbar noch nicht. Und mal hier ist der Laser an. Nichts zu bringen, ne? Ne. Weiter. Ich kann doch nichts machen hier. Hier komme ich wirklich nicht hin. Ich kann ja nur... Hä? Habe ich was vergessen hier? Ich kann ja nichts machen. Wow. Okay. Hier kann ich auch nichts machen. Ich komme da nicht hoch zumindest. Das heißt, ich kann dann nur hier runter. So, aber... Tatsächlich... Wird hier nichts. Hä? Hä? Jetzt bin ich ja... Ja, ich verstehe es nicht. Das einzige, was ich da habe, ist ja dieser Schalter. Müsste doch da irgendwas platzieren. Ach so, ich glaube sogar... Das könnte natürlich sein, dass der... Das hätte ich jetzt am Sound identifiziert. Das könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt runterfliegt und vom Trampolin wieder hochgeht. Das wäre das einzige, was ich mir vorstellen könnte. Jetzt ist das Geräusch nämlich nicht mehr gekommen. Ah. Ha, 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 ha. Das ist schon echt... Das ist ja schon... Krass as fuck. Alter, ohne Scheiß. Auf sowas muss man halt erstmal echt mal kommen, ne? Ey, Moment. Jetzt haben wir ja erst... Für hier die Tür. Können dann hier dementsprechend den Schalter umlegen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich da oben festes Material. Jawohl. Alter. Ah, ey. Wie das verknüpft es? Ich mag sowas wirklich gerne. Und wir verlassen das. Und wir verlassen sind auf der Baustelle. Okay. Hier geht's runter. Bisschen Zeit haben wir noch. Freunde, wir kommen ja gut voran. Und jetzt kommt sowas. Ah. Wir kommen nicht mehr gut voran. Dafür brauchen wir jetzt echt wieder ne Stunde oder so. Ach du Scheiße. Okay, hier kommen wir auch nicht mal durch. Wir können... Ist cool. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Fangen wir einfach mal mit dem Schlüssel an, würde ich sagen. Dauert ja alle seine Zeit. Dauert alles seine Zeit. So. Wo kriege ich einen Schlüssel? Ach, von hier kriege ich auch nochmal zwei Sachen. Warum nicht, Freunde? Warum nicht? Wir müssen... Keine Ahnung. Aber ich komme noch von hier hoch. Aber ich komme hier nicht hoch. Aber ich weiß... Ich wüsste auch nicht, wofür. Aber holen wir erst mal das hier. Das können wir vielleicht immer ganz gut gebrauchen, ne? Und das ist klar. Oh. Okay. Ja. Na, fantastisch. Wo geht's denn hier hin? Komme ich instantly wieder zurück, wa? Ja. Okay. Na gut. Da wollen wir natürlich noch nicht hin. Wo ist denn diese Kiste? Die Kiste ist da unten. Wir brauchen die aber... Okay. Wir brauchen auf jeden Fall den hier befüllt. Wir gehen dann hier rein und dann unten wieder zurück. Frage. Ja, doch. Ah. Interessant. Okay. Ach so. Ja, ja. Das ist ja... Aber doch. Der kommt mit. Das ist super. Was hat sich denn da verändert? Ach, wir haben das Trampolin angemacht. Ja, ja. Und jetzt können wir den hier übers Trampolin hochjagen. Nee, können wir gar nicht. Das ist belastend. Hä? Wir können das nicht machen. Aber das Trampolin ist doch jetzt noch an. Ja gut. In dem Falle sage ich dazu jetzt natürlich nicht, nee. Dann ist es ja super. Dann ist es ja offenbar wieder genauso gewollt gewesen. Ja. Aber jetzt wird der zurückgesetzt. Nein. Hä? Aber ist es denn möglich? Wird alles zurückgesetzt. Was ist denn das jetzt hier schon wieder für eine Scheiße? Ich kann nicht... Als ob ich jetzt... Nicht diese Verbindung ziehen darf. Muss ich erst die Verbindung ziehen? Aber ich komme noch nicht runter. Ich komme aber auch nicht hoch. Ich komme ja nicht hoch. Ich sterbe doch. Man ist ja nicht unsterblich, wenn man... Äh... ...ne grüne Karte hat, ne? Nee. Kann man den Laser blockieren? Kann man nicht. Achso, und was ist denn die Karte einfach grün ist? Und wir dasselbe Spiel nochmal machen? Ist doch eigentlich dasselbe. Aber vielleicht passiert dann dem... Da werde ich aber zurückgesetzt, weil ich nicht in der grünen Karte bin, ne? Naja, aber ich kann doch hier den machen. Passiert doch erstmal nichts. Dann muss ich ja sowieso erst den, äh... Vielleicht in der ersten Stufe ist es noch egal. In der ersten Stufe ist noch egal. Machen wir mal so. Ja, jetzt gehen wir wieder quasi zurück. Aber eine ganz andere Frage wäre natürlich, wie komme ich denn überhaupt hoch? Ich komme doch so auch nicht hoch. Ich muss über das Trampolin wieder hoch. Wenn ich den jetzt so mache, dann wird alles zurückgesetzt. Alles klar. Das funktioniert nicht. Ich muss erst den wieder zurückbringen. Fühlt ja keinen Weg dran vorbei. Dann komme ich aber nicht zurück. Muss das hier trennen. Trampolin bleibt an. So. Das heißt aber... Ich müsste dann einfach wieder an den... Ich muss dann halt wieder hier hin. Ist mal alles easy. Müsste zurück. Erstmal alles easy. Das geht aber nicht. Egal wie. Es geht nicht. Es geht nur, wenn der Kasten zu dem Zeitpunkt der Verschiebung... ...grün ist. Das heißt... So. Wird aber das Trampolin zurückgesetzt. Was ich nicht mehr brauche. Okay. Jetzt? Jetzt habe ich aber das Problem... Wie komme ich denn jetzt hoch? Wie komme ich denn jetzt hoch? Ist alles wieder zurückgesetzt, wenn ich das wieder zurück mache. Na ja. Nee, Moment. Wenn ich jetzt hier hingehe. Kabel. Hier ist Lotte. Bin ich wieder da. So. Haben wir. Geschafft heute noch in der Folge. So läuft's. So. Jetzt ist die Frage... Wozu brauchen wir diesen Quatsch hier? Jetzt komme ich zwar hier hoch... ...ä... ...bringt mir halt... ...nichts. Das hier kann ich wahrscheinlich nicht raustragen. Okay. Die Frage ist... Wofür bringt mir denn das hier jetzt was? Hä? Einfach nur um es gemacht zu haben? Echt? Egal. Damit, Freunde, würde ich sagen... ...war es das erstmal wieder für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann genau dieser Stelle hier weiter... ...und wir werden dann mal schauen... ...ob wir zeitnah an diesen Schlüssel kommen. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und... ...bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.